Länderspiel Nummer 1 unter Bundestrainer Julia Nagelsmann gegen die USA steht bevor und wie schon bei der Kaderbekanntgabe gesagt, bin ich wirklich Hype darauf. Es wird extrem spannend zu sehen sein, wie er die Mannschaft einstellt, aber vor allem auch wie er taktisch aufstellt und darauf möchte ich heute mal so ein bisschen eingehen. Einfach mal eine mögliche Startaufstellung aufstellen, so ein bisschen was ich mir wünsche, aber vor allem auch im Hinterkopf, wie Julia Nagelsmann spielen könnte mit den Spielertypen, was er da so präferiert. Man muss natürlich sagen, rein systematisch, was wir erstmal festlegen müssen, ist er extrem flexibel. Er kann da wirklich alles spielen, sei es Dreierkette oder Viererkette oder auch ein Hybridsystem, dass er mit dem Ball ein bestimmtes System spielt und gegen den Ball ein anderes. Da ist er natürlich recht flexibel, auch wenn man es jetzt erstmal nicht mit taktischen Kniffen hier übertreiben sollte, aber ich glaube, das ist durchaus umsetzbar. Letztendlich, Nagelsmann hat zum Ende seiner Bayernzeit lieber auf eine klassische Dreierkette gesetzt, aber kann natürlich auch durchaus Viererkette spielen, muss sich da auch so ein bisschen an das Spielermaterial anpassen. Ich habe jetzt mal geschaut, er hat keinen klassischen Rechtsverteidiger nominiert, Henrichs ist verletzt, somit können das Spielen im Kader Süle und Thar als gelernte Innenverteidiger oder einen Pascal Groß, vielleicht auch noch Kimmich als inverse Rechtsverteidiger, die dann halt eben ins Mittelfeldzentrum ziehen, während bei einer Dreierkette den rechten Schienenspieler Noah Jonas Hofmann geben könnte. Deshalb gehe ich jetzt mal eher von einer Viererkette gegen den Ball aus. Mit dem Ball wird sich das dann doch verändern, wie ihr gleich sehen werdet, aber wir starten erstmal im Tor und da spielt natürlich Ter Stegen, hat da eigentlich gar keine Konkurrenz, muss ich nicht viel zu sagen, ist auf jeden Fall gesetzt. Dann gehen wir in die Innenverteidigung erstmal und für mich erstmal, kommt vielleicht so ein bisschen überraschend, muss Malik Chau spielen. Der ist Stammspieler bei Milan, diesen Tabellenführer in Italien, auch in der Champions League, vor allem gegen den Ball, überragende Leistungen, muss für mich spielen, auch wenn er noch recht jung und unerfahren ist. Und dann braucht er natürlich einen Nebenmann, einen eher erfahreneren, was aber natürlich gegeben ist mit Hummels oder Rüdiger. Ich habe mich jetzt erstmal für Rüdiger entschieden, der mag es eigentlich auch so auf der linken Seite zu spielen, auch wenn er rechtsfuß ist. Und als Backup für beide hätte ich dann Hummels eingeplant, der mit seiner Erfahrung natürlich auch vor allem neben dem Platz extrem wichtig ist. Ansonsten gehen wir jetzt über auf die rechte Seite und da habe ich wie gesagt einen der defensiveren genommen. Wir haben da eben sowohl Thar als auch Niklas Süle zur Verfügung. Letztendlich ist es eigentlich so ziemlich auf Augenhöhe gerade. Ich habe mich jetzt mal für Thar entschieden, da der ein bisschen formstärker ist. Hat das auch recht gut gespielt im letzten Länderspiel gegen Frankreich, damals ja unter Völler. Und wir machen jetzt mit der linken Abwehrseite weiter. Und da ist es eigentlich auch recht ausgeglichen zwischen Gosens und Raum. Ich finde beide könnten da spielen. Jetzt sagen viele vielleicht, Gosens spielt ja eher Dreierkette. Aber das wird sich dann eben mit dem Ball so ein bisschen anders formieren. Also dann ein Dreieraufbau aus Thar, der einrückt, Schauzentral, Rüdiger links. Sodass dann der linke Verteidiger aufschieben kann. Und ich würde mich da jetzt dennoch erstmal für Raum entscheiden. Ist natürlich nicht der beste Spieler, aber war jetzt auch wieder ein bisschen formstärker beim Saisonstart bei Leipzig. Deshalb jetzt erstmal Raum auf der linken Seite, der dann hier eben die Breite besetzen soll. Wozu wir aber nachher noch kommen. Wir gehen jetzt erstmal ins Mittelfeldzentrum. Und wir spielen hier von der reinen Grundformation. Auch wenn sich das ganze Ingame natürlich stark verschiebt. Ein 4-2-3-1. Und Joshua Kimmich ist natürlich gesetzt als einer der Sechser. Ich spiele hier ohne wirklich klassischen Sechser. Dementsprechend ist Andrich sein Backup. Man könnte natürlich auch mit Andrich als Holding Six, sag ich jetzt mal, spielen. Sodass dann Kimmich der etwas offensivere Part ist. Ist durchaus eine Variante. Ich habe mich jetzt mal dagegen entschieden. Weil auch bei Bayern Kimmich eigentlich extrem gut als Sechser unter Nagelsmann funktioniert hat. Klar, auch nicht optimal gegen den Ball. Aber in der Nationalmannschaft sollte das jetzt erstmal funktionieren. Und sein Nebenmann wird bei mir der Kapitän Ilkay Gündogan. Der dann eben der etwas offensivere ist. Kann natürlich auch etwas offensiver spielen. Auf der 10 im Halbraum. Aber ich brauche ihn hier jetzt tiefer. Wir haben da noch Alternativen mit Goretzka und Pascal Groß. Aber ich will Gündogan tiefer. Einfach weil wir vorne so viel Qualität haben, die auf dem Platz gehört. Deshalb habe ich mich jetzt mal so entschieden. Kimmich eben links. Dann kann der sich auch mal hier fallen lassen, wenn Raum hoch schiebt. Während Gündogan rechts direkt hoch kann. Und da ja auch gut abgesichert wird von einem Tar, der recht tief steht. Und meist auch wie ein Innenverteidiger agiert. Wir machen erstmal weiter mit der rechten Seite. Und da ist für mich natürlich Leroy Sané absolut gesetzt. Ist der derzeit beste deutsche Spieler. Muss man einfach ganz klar so sagen. Kann natürlich auch links spielen. Aber gerade in der Systematik. Also rechts kann er genauso gut spielen. Ist er da am besten aufgehoben. Soll da dann eben die Breite besetzen. Während im Offensivspielraum dann links die Breite besetzt. Kann aber natürlich auch ins Zentrum ziehen. Generell ist es bei Nagelsmann ja nicht so, dass er unbedingt auf das Prinzip der maximalen Breite setzt. Sondern das Spiel auch gezielt teilweise recht eng gestaltet. Sodass Sané dann auch einrücken kann. Und das Team dann eben die Spielstärke nutzen kann. Das es hat. Wo wir auch gleich beim linken Flügel und beim Zehner noch dazu kommen. Aber als Backup für Sané haben wir eben auch Hofmann. Ähnlicher Spieler. Nicht ganz so dynamisch sag ich jetzt mal. Aber kann eben die gleichen Räume besetzen. Ist dementsprechend ein gutes Backup. Der auch sehr formstärk ist. Machen wir dann eben weiter auf dem linken Flügel erstmal. So spiele ich da einen Spieler, der natürlich eher Zehner ist. Mit Jamal Musiala. Aber wie gesagt Raum schiebt dann eben vor. Dann kann Musiala eben auch ins Zentrum einrücken. Und generell würde ich sagen, dass ich derzeit Musiala vom Flügel her eher ein bisschen stärker fände. Hat auch ordentlich an Tempo nochmal zugelegt. Gerade mit seinem Dribbling finde ich ihn da eigentlich sogar ein bisschen besser aufgehoben. Weil er halt eben im Zentrum oftmals noch so ein bisschen mit seiner Entscheidungsfindung zu hadern hat. Und man da auch einen Zehner hat, den ich jetzt reintue mit Florian Wirth. Der wirklich auf absolutem Topniveau agiert. Und auch gesetzt sein muss in der Nationalmannschaft. Zunächst noch Führig hat man als neuen Spieler im Kader. Der die Rolle von Musiala hier links auch gut besetzen kann. Gerade im Zusammenspiel mit Raum. Ist aber natürlich erstmal nur Backup. Falls er überhaupt zu Einsatzzeiten kommen sollte. Im Zentrum haben wir dann hinter Wirth natürlich auch noch einige gute Backups. Du hast natürlich einen Julian Brandt. Der auch die Rolle links hier besetzen kann. Nicht ganz so dynamisch. Aber ist auf jeden Fall auch ein qualitativ guter Spieler. Du hast Kai Havertz. Der diesmal nicht im Zentrum vorne drin spielen muss. Weil man da zwei Alternativen hat. Und gerade auf der Zehn, auch wenn er gerade nicht in der besten Form ist, könnte er wieder ein bisschen aufblühen. Auch im rechten Halbraum ist er eigentlich seine größte Stärke. Spielt bei Arsenal ja gerade eher im linken Halbraum. Muss man mal schauen, ob er zu Einsatzzeiten kommen wird. Ich gehe mal davon aus. Aber natürlich eher als Einwechselspieler. Und auch Thomas Müller kann natürlich die Zehn hier spielen. Aber wenn man schaut, wie viele Spieler man hier schon zur Verfügung hat, sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt auf dem Platz in einer wichtigen Rolle. Dann doch eher neben dem Platz in einer absoluten Führungsrolle. Generell gut für das Mannschaftsklima und Gefüge. Er hat natürlich die Qualität zu spielen. Und das sage ich auch bei Bayern. Und dann muss er eigentlich spielen, weil er wirklich im Zusammenspiel mit Kane so krass ist. Aber wenn man eben schaut, was man hier für Spieler hat mit Musiala und Wirz. Und auch den anderen sehe ich nicht unbedingt, dass er spielen muss in der Nationalmannschaft. Auch wenn er für den Kader natürlich dennoch extrem wichtig ist und nominiert gehört, wie ich finde. Und dann fehlt natürlich noch das Sturmzentrum. Und da ist mit Füllkrug einer dabei, der eigentlich absolut gesetzt sein sollte. Ich denke, Nagelsmann hat schon oft betont, dass er gerne mit einer klassischen Neuen spielt. Und hat das auch bei jeder Station gemacht, wo er trainiert hat. Bis dann eben Lewandowski die Bayern verlassen hat. Ich glaube, Füllkrug ist hier absolut gesetzt. Ein Kevin Behrens in der Hinterhand zeigt auf jeden Fall, dass man Havertz nicht mehr vorne einplant. Und Behrens wird jetzt nicht allzu viel Spielzeit bekommen. Ich glaube, das ist halt eher so ein Backup, falls Füllkrug ausfällt. Oder falls man zurückliegen sollte. Was ich natürlich nicht hoffe, dass man ihn dann einfach reinwirft als Brechstange. Vielleicht neben Füllkrug, vielleicht für ihn mit seiner Kopfballstärke. Aber ansonsten ist er natürlich spielerisch limitiert. Auch wenn er gegen den Ball extrem gute Werte aufzuweisen hat. Das ist also soweit die Grundformation. Wenn man jetzt mit dem Ball hinten raus spielt, wird das Ganze sich so formieren, dass Raum eben ein bisschen vorschiebt. Dann hast du hier einen 3-2 Aufbau. Raum kann je nachdem auch hier sich fallen lassen, um zu helfen. Je nachdem, wie hoch man gepresst wird. Ansonsten, wenn man den Ball weiter nach vorne bringt, kann eben Raum wie gesagt vorschieben. Vorschieben, Musiala rückt ein, Wirtz rückt auch so ein bisschen nach rechts. Sané schiebt vor und dann hast du hier im Mittelfeld auch ein Box-Mittelfeld. Je nachdem kannst du auch eine Raute machen. Kimmich zentral, Gündogan rechts, Musiala tiefer. Kann er auch durchaus spielen und Wirtz dann hier. Wäre auch eine sehr interessante und gute Variante. Und wenn dann eben der Gegner den Ball haben sollte und man ein bisschen defensiver steht. Pressingschema kann ich hier jetzt natürlich nicht sagen. Das passt sich auch immer so ein bisschen dem Gegner an. Aber wenn man jetzt tiefer steht gegen den Ball, denke ich wird es ein klassisches 4-4-2 mit der 4er-Kette hinten. Dann Kimmich, Gündogan zentral, die Flügel lassen sich fallen. Wirtz dann so ein bisschen hängen bzw. neben Füllkrug. Und in einem klassischen 4-4-2 steht man da dann auch recht kompakt. Ist nicht allzu komplex umzusetzen. Und das wäre so meine Taktik, meine Herangehensweise bzw. Aufstellung für das erste Spiel gegen die USA unter Nagelsmann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir hier sehen werden. Ich werde das Spiel auf jeden Fall schauen und dann wird es auch eine Taktikanalyse im Nachgang des Spiels geben. Lass mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Wie würdet ihr aufstellen? So wie ich? Oder komplett anders? Schreibt es unten rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.